Was ist denn das? Oh nein! Verdammte Scheiße! Nein! Fuck! Ja Leute, was geht ab heute? Gibt's erstmal ne Skillrunde? Oder Treppelski mit den HANS? Oh! Hallo! Also heute... Nein! Warte, komm, komm ich schaff's! Sie hat mir den Stein schon weggegrabscht! Ich hab die Eisenspitzhacke! Oh mein Gott! Oh! Ich folge dir, Digga! Geh mal einfach los! Ja! Komme! Digga, bist du bei mir? Gut, gut, du musst mich beschützen! Oh mein Gott! Ja! Digga, Digga, abstauben, abstauben! Schaffst du's? Oh, der magbar! Oh, der magbar! Ich hab ihn! Okay, Digga! Komm her! Müssen wir sofort Equipment geben! Ja! Essen, alles! Oh! Oh mein Gott! Da ist ein Spieler! Dankeschön! Und jetzt hab ich grad Schaden bekommen! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Keine Teams! Oh! Hier schon mal im Zusammensinn bekommst du Schaden! Wir sind nicht... Oh, du Depp! Oh! Ja, geil! Jetzt bin ich tot! Oh! Klasse! Ja! Ja, ihr haben gedrückt! Aber dann komm! Ich hab das Arme, oh Arme, oh Schwert Wow, und ich bin tot Leute, wenn ihr mehr von dieser Scheiße sehen wollt Leister, ihr fett bist du geworden Dann lasst doch einfach mal ein Kommentar Hinter dir, hinter dir, hinter dir Okay, warte, Digga, Alter, ich wirst meine Nachbarn kommen gleich wieder Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Bitte ihn Was ist das? Oh nein Verdammte Scheiße Nein Fuck Meine Mutter war gerade Scheiße Digga Kein Bock mehr Leute, damit war es dann schon für heute Schon, oh nein Eine kurze Runde, aber Es war einfach nur ein kleiner Vorgeschmack Wenn ihr sowas sehen wollt Also vielleicht so einmal in der Woche So einen richtigen Ausraster Video Dann schreibt einfach in die Kommentare Oder lasst ein Like da Ich bin jetzt Likegeil geworden Ab sofort Und Okay, dann sag ich einfach nur Bis zum nächsten Mal Ich hoffe, das gefällt euch Und das wollen wir noch eine zweite Runde dranhängen Mega Ja, dann hängen wir eine zweite Runde dran Dann sag ich einfach nur Bis zum, ich meine bis gleich Oh, ich bin jetzt einmal nur gestresst Mein Hals Ich kann nicht mehr Oh mein Gott Ich habe eine Eisenachse Oh mein Gott Ich habe nichts Geil, geil Digga, Digga Wo bist du? Wo bist du? Ich habe auch noch einen Diamantenhelm Damit würde ich mich hier richtig Babo Oh mein Gott Wo bist du? Ich bin hier Ich bin der Hans Hans, ich bin hinter dir Pass auf Oh mein Gott Ich wurde geportet Oh mein Gott Wo? Ich weiß es nicht Ich bin in irgendeiner Höhle Scheiße In einer Höhle? Ja, in einer Höhle Warte, ich bin da Ich bin der Hans Oh mein Gott MLG MLG Ich gebe dir einfach ein Goldschwert Catch das Also heute, Leute Ich mache heute noch eine Ankündigung Dann gibt es richtig fett Gestern haben wir sogar die 72 Views Ich habe das irgendwie erreicht Ich weiß auch nicht warum Botten Oh, ne Okay Oh, ja Dankeschön Dein ist der ganzen Player Ähm, den töten wir am besten mal Ja Ich weiß, dass ich sterben werde Wie immer Ich bin scheiße Okay, warte, warte, komm Ähm Booster dich Booster dich Oh, ne Geht nicht Booster dich Und Cheater Cheater Noch einer Digger, nein Warte, nein Ich habe ihn Ich habe ihn Oh mein Gott Mein Gott Mein Hals explodiert Scheiße Scheiße, Alter Ich kann nicht mal scheinen, Leute Okay Raff dich, Alter Okay Warte, ich will jetzt jemand grüßen Habe ich noch nie gemacht In meinen Videos Raffa, du Hurensohn Nein, du hast einfach gestorben Pass auf, pass auf, Digger Mieser Faggot Okay, Leute Ich habe keinen Bock mehr Okay, damit war es dann schon Schaut doch mal bei Hans' Kanal vorbei Also er hat noch kein Video, aber Jolo Okay, er hat noch kein Video Aber er wird bald Videos bringen Und die werden vermutlich auch so ablaufen Die sind ausrasend auf jeden Fall Ich weiß nicht, ob es euch gefällt Ob es, ob ihr es versaut findet Oder Scheiße Aber wie auch immer Mir gefällt es Ist so meine Art Ich raste gerne aus ab und zu Und Wenn es euch gefallen hat Habe ich ja vorhin schon gesagt Lasst einfach einen Daumen nach oben Um zu beweisen Oder lasst keinen Daumen nach oben Macht einfach das, was ihr wollt Schreibt was in die Kommentare Auf jeden Fall Hat es mich richtig gefreut In der Bad Wars Runde Dass so viele einfach geliked haben Und das zeigt mir einfach nur Dass ihr ausrastern mögt Und das werde ich auch weitermachen Oder Hans? Ja Total Und das sage ich auch noch Bis zum nächsten Mal, Leute Und Ciao